Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Fire Emblem Fates. Wir beschäftigen uns nach wie vor mit der sechsten und letzten Mission der Ruhmes Erben und haben im letzten Part eigentlich schon ziemlich gut aufgeräumt. Die linke Seite ist komplett fertig, inklusive Anankos. Die Mitte ist auch aufgeräumt, wobei da mit Sicherheit auch der Kopf kommen wird von Anankos, mindestens, wenn nicht sogar noch mehr. Die rechte Seite, die ist noch so ein kleines bisschen in Arbeit. Aber das kriegen wir mit Sicherheit auch hin. Zuallererst würde ich gerne den Bogenschützen beseitigen. Wer darf denn das mal machen? Velouria? Weil du kommst sowieso da oben nicht dran ohne andere Hilfe? Joa. Joa. Das sieht gut aus. Also ich befürchte, dass tatsächlich unendlich Verstärkung nachspawnt. Einfach aus dem Grund, weil es in der letzten Mission auch schon so war und ich nicht wüsste, warum sie hier netter sein sollten. Ich könnte mir ja vorstellen, dass es so ein bisschen variiert. Dass anfangs eben immer hier unten random irgendwer nachspawnt. Und sobald beide Hände besiegt werden, das Muster sich vielleicht so ein bisschen ändert. Keine Ahnung. Aber gut, das werden wir feststellen. Da kommen wir sowieso nicht drum rum. Leo, Odin und Niles. Wir hatten festgestellt, dass Ophelia doch ziemlich guten Schaden anrichtet. Allerdings müsste ich wahrscheinlich Mistelstein einfach nehmen. Und wenn gut, ich könnte auch hier. Nee. Nee. Also ich müsste Odin vielleicht so ein kleines bisschen anschwächen. Und bei Leo hatten wir ja auch festgestellt, dass ich da ziemlich guten Schaden machen kann mit Brinhilda. Wenn Ophelia mithilft und crittet, können wir ihn sogar besiegen. Letztendlich ist es glaube ich sowieso egal. Hauptsache ich habe die Dialoge. Aber das tut mir jetzt ehrlich gesagt mit am meisten weh. Forrest mag ich schon sehr gerne auf jeden Fall. Aber Leo, ihr kennt mich, ne? Ich liebe Leo. Und gegen ihn zu kämpfen ist halt echt nicht schön. Vor allem in diesem Zustand, mit dem er ja eigentlich gar nichts kann. Ah, das ist schon... Takumi fand ich schon nicht so schön. Aber Leo tut halt schon weh. Aber da müssen wir durch. Bist du das wirklich, Vater? Oder ist das doch nur ein Trugbild? Es tut mir so leid, Vater. Hättest du nicht so tapfer für mich gekämpft, wärst du nicht in dieser Lage. Ich trage deinen Folianten bei mir. Du verlorst ihn in meinem geheimen Reich. Ist unsere Mission erst vollendet, werde ich vergessen, was hier geschah. Dies mag deine einzige Gelegenheit sein, mich mit Brinhilda zu sehen. Welch Ironie. Darum behalte mich bitte, wenn möglich, so in Erinnerung. Ihr Götter, sollt euch meine Gebete erreichen. Gebt bitte Acht auf Vater. Mit diesem heiligen Folianten will ich ihn schützen, bis ich diesen erbe. Aber genug davon. Es wurden bereits zu viele Worte verloren. Ich werde Vater retten und ihm Brinhilda. Seinen rechtmäßigen Besitz zurückgeben. Dann, so hoffe ich, wird er mich umarmen und sagen, dass ich recht tat. Und erhören die Götter diesen Wunsch nicht. Vernimm zumindest du ihn, Vater. Forrest lässt sich nicht unterkriegen. Er ist beiden Angriffen ausgewichen. Es hat leider nicht ganz gereicht. Aber es hat gereicht, um mir im Herzen weh zu tun. Ich meine, ja, das ist auch noch so ein interessanter Aspekt. Ich glaube, die Eltern sind unglaublich stolz, ihre Kinder mit den heiligen Waffen zu sehen. Weil ich weiß ja nicht, erben die die erst, wenn ihre Eltern sterben? Oder vielleicht, wenn sie sehr alt sind und nicht mehr kämpfen können? Von daher gesehen, sie jetzt im jungen Alter mit den Waffen umgehen zu sehen, ist mit Sicherheit auch sehr schön. So. Dwyer würde auf jeden Fall noch drankommen. Und könnte das tatsächlich auch beenden. Leider nicht Forrest. Aber ich will jetzt auch keinen Overkill machen und irgendwen nehmen, der extrem viel Schaden macht. Das kann ich dann doch nicht so ganz übers Herz bringen. Und deswegen, ich piekse ihn nur ganz liebevoll. Es tut mir leid, Leo. Aber es musste sein. Ich frage mich vor allen Dingen, die hören ja nichts und die kommunizieren auch nicht. Offensichtlich. Aber ich frage mich halt, ob sie das vielleicht doch wahrnehmen. Und dieses Punkt, 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 was ja zwischendurch mal kommt, nicht einfach nur die Stille symbolisieren soll. Also, dass keine Antwort kommt. Sondern, ob das symbolisieren soll, dass sie eigentlich schon was sagen möchten dazu, aber nicht können. Weil das würde eigentlich teilweise ganz gut passen. Weil die Kinder sagen irgendwas ganz Wichtiges. Und dann bändet das Spiel nochmal extra Punkt, Punkt, Punkt ein. Das könnte ich mir halt auch vorstellen. So. Ophelia. Jetzt, da Leo weg ist und Odin keine Unterstützung mehr hat, jetzt könnte das tatsächlich klappen. Das ist alles nicht so schlimm von den Fähigkeiten her. Na gut. Wobei, die Vergeltung. Die Vergeltung könnte noch ein Problem werden. Eventuell. Plus Hälfte erlittener Schaden auf Angriff. Sprich, wenn ich ihn jetzt angreifen würde... Das müsste aber noch passen. Ich sah dieses Treffen bereits voraus, als ich meinen Fuß in diese Welt setzte. Meine hellseerische Kraft, sie ließ mich auch diesmal nicht im Stich. Einst sagtest du mir, dass wahre Helden niemals den Tod finden. Welch infame Lüge, erst im Heldentod wird ein wahrer Held geboren. Den wahren Ruf eines Helden erlangt man nur, indem man zur Legende wird. Vater, höre mich an. Deine Tochter ist noch nicht bereit, eine Heldin zu sein. Waren deine letzten Worte an mich gar, diese schöne Heldenlüge? Unmöglich. So bleibt uns wohl nur der Kampf. Es schmerzt mich, und doch muss es sein. Also gut. Höre mich an, Schatten. Ophelia Dusk, erlöse dich von den Ketten deiner Pein. Meine göttliche Seele bebt voll Erwartung, Vater im Kampf zu begegnen. Beim Namen und bei der Magie, die mir verliehen wurde. Weiche Finsternis. Weiche, du böser Geist, und gib meinen Vater wieder frei. Und auch Ophelia hat nochmal alles gegeben, um Odin zu besiegen. Gut. Dann bleibt uns noch Niles. Wie viel kann Nina da jetzt ausrichten, jetzt wo er keine Unterstützung mehr hat? Sie wird zumindest nicht gekillt von ihm. Das ist schon mal ganz gut. Und ich habe ja auch noch genug andere Charaktere, die helfen können. Von daher gesehen, du hattest, glaube ich, auch keine gemeine Fähigkeit. Dann können wir auch hier angreifen. Wie unangenehm. Diese Begegnung vergesse ich bestimmt nicht so schnell. Ich hatte gehofft, dir nicht ausgerechnet an diesem Ort zu begegnen. Vater. Ha, deine Mine war selten so ausdruckslos. Ich hatte eigentlich gehofft, dass ich eine Niederlage in diesem Gesicht widerspiegeln würde. Wie uninteressant. Dann brauche ich dich nun auch nicht länger anzusehen. Und überhaupt, ich hasse dich, Vater. Du hast mich zurückgelassen. Wieso? Wolltest du mich beschützen? Werdest du deine Arbeit besser machen müssen. Wirst du dich denn gar nicht rechtfertigen? Hey, ich rede mit dir. Vater. Lass gut sein. Ich schulde dir nichts. Nur ein Pfeil zwischen deine Rippen. Dieses Mal kommst du nicht so leicht davon. Es wird Zeit für deine Medizin. Und falls nötig, werde ich dich zappelnd und schreiend nach Hause zerren. Dora. Ich kann nicht gehen, ich kann nicht schlafen. Hätten wir das auch. Wobei Nina ganz schön grob war. Ich meine, ich glaube, sie hat es nicht so gemeint. Sie ist einfach nur extrem verletzt, dass ihr Vater sie eben zurückgelassen hat. Es waren vielleicht nicht die schönsten letzten Worte. Aber ich glaube, wenn Niles sie gehört hat, dann hat er es schon richtig verstanden. Also ich glaube nicht, dass er da böse ist. Gut, es ist gar nicht so verkehrt, dass die beiden Karnas hier sind. Weil wir haben ja gesehen, auf der anderen Seite konnten eigentlich nur die Ruhmeserben wirklich was machen. Und ich denke, da die fast alle drüben sind, außer... Na, du bleibst aber wie Luria. Außer Forest. Es ist gar nicht so verkehrt, dass die Karnas dort sind. So, wir rücken auf. Ich habe natürlich keine Ahnung, ob letztendlich Anankos Kern in der Mitte auftaucht. Oder woanders. Oder ob natürlich noch Verstärkung kommt, weil ich vermisse ja immer noch Xander und Co. Die werden garantiert auch noch kommen. Und ich verwette fast schon meinen Allerwertesten da drauf, dass die kommen, sobald ich die beiden Hände besiegt habe. Und je nachdem, wo die halt spawnen, ob rechts oder links, gucke ich mal, dass die Truppe hier auf jeden Fall dicht zusammenbleibt. Und dass Veluria und Sophie da auch nicht allzu alleine sind. Und da haben wir noch einen Vivarnritter. Das ist nicht das Problem. Zack. Das sind 19 Schaden. Das ist okay. Das kriegen wir hin. So, weil ich könnte mir, wie gesagt, vorstellen, sobald die beiden Klauen besiegt sind, dass Anankos in der Mitte auftaucht. Ob es jetzt wirklich sein Kopf ist, sein Herz, seine menschliche Form, was auch immer. Und wir da dann eben kämpfen müssen. Vielleicht kommt ja auch noch, sobald die Hände besiegt sind, irgendein Event oder eine Drachenader, dass wir hier dann wirklich rüberkommen zu Fuß. Aber wo letztendlich die ganzen anderen Leute nachspawnern könnten, abgesehen von unten, keine Ahnung. So, geh du mal mit Shigure mit. Dann kommst du auch ein bisschen schneller voran. Zack. Ansonsten Nina kann mal mit Forest mit nach oben. Zack. Aber wir haben es tatsächlich bislang geschafft. Wir haben jeden mit dem Kind besiegt oder zumindest angegriffen. Ich weiß noch nicht, ob es weiterhin so funktionieren wird. Weil wenn jetzt wirklich die Eltern so blöd spawnen, dass es komplett die andere Seite ist, dann kann ich natürlich auch nicht viel machen. So. Ihr beide zusammen. Und ich würde sagen, wir sammeln uns einfach mal hier in der Mitte. Weil das ist, glaube ich, gar keine schlechte Ausgangsposition, um mich dann zu entscheiden, wo ich lang möchte danach. Je nachdem, was, wie gesagt, passiert. Also die können sich jetzt erstmal so ein kleines bisschen erholen. Die haben ja auf jeden Fall hart gekämpft. Und ich glaube, wir haben auch jeden Mal im Einsatz gesehen. Gut, Soleil, Sigbert und Shiro haben ihre Eltern noch nicht gehabt. Aber die haben, glaube ich, auch alle mitgekämpft. Das passt also. Und sollte da jetzt irgendwer nachspawnen unten, sind zumindest Veloria und Sophie nicht mehr so alleine. So. Ihr habt euch keinen guten Platz da unten ausgesucht, wenn ich das mal so sagen darf. So. Wir rücken jetzt erstmal auf bei Anankos. Und gucken dann, was wir gleich machen. Ich meine, ich glaube nicht, dass Midori und Co. wirklich viel machen können. Aber es kann nicht schaden, sie dort zu haben. Manche Charaktere können ja auch gegenheilen zum Beispiel. Ich denke mal, die beiden Kanas können mit dem Jato ziemlich viel anrichten. Im besten Fall 22 Schaden, genau wie die anderen heiligen Waffen auch alle. Das kann doch auch kein Zufall sein. Die leveln ja auch nicht während der Schlacht. Also es ist, glaube ich, irgendwie schon festgesetzt. So. Ähm, Onihäuptling. Kiragi, du stehst da gerade so gut. Das reicht leider nicht ganz. Äh. Das reicht nicht ganz. Asugi. Hilf mir mal bitte kurz. Dann reicht das nämlich auf jeden Fall. Also ich finde es echt schön, dass wir so viele verschiedene Klassen auch haben. Das ist einem vielleicht gar nicht so bewusst, wenn man die Kinder regulär rekrutiert, wie viel Vielfalt da eigentlich ist, weil man sie auch nie unbedingt so zusammen sieht. Kann das jetzt auch eigentlich irgendwer anderes machen? Hm, ganz knapp. Das würde reichen. Ja, machen wir das so. Also wir haben wirklich so unsere Verteidigungsmonster natürlich. Sei es jetzt Ignatius oder Percy oder Velouria. Aber auch die sind ganz unterschiedlich. Also Ignatius ist wirklich so eine Wand. Auch dank der Wachsamkeit natürlich. Das nehme ich. Velouria macht halt auch noch sehr, sehr guten Schaden. Gerade gegen, ähm, die passenden Einheiten natürlich, wo sie effektiv ist. Percy hat natürlich die Reichweite. Und dafür die Schwäche gegen Bögen. Also ich sag mal, die sind nicht alle gleich. Du kannst sie nicht einfach alle als defensive Wand abstempeln. Ich finde schon, dass da auf jeden Fall nochmal Unterschiede sind. Du hast da natürlich auch so ein bisschen ganz viele unterschiedliche Klassen. Also manche greifen wirklich magisch an. Andere sind Schwerträger, Lanzenträger, Bogenschützen, Gestaltwandler. Du hast wirklich alles irgendwie mit dabei. Und auch die unterschiedlichsten Werte und Charaktere einfach. Also niemand ist wirklich so wie der andere. Du gehörst nicht dazu, mein Lieber. Also ich finde, da sind vielleicht so ein paar Parallelen. Hm, das ist gut. So wie Velouria und Selkie sind eigentlich beide so ein bisschen, ähm, kindlich, sag ich mal. Genau wie Midori oder Percy auch. Also die kann man schon so ein bisschen damit reinschieben in eine Schiene. Genau wie ich auch finde, dass Siegbert und Keldori beide so ein bisschen Perfektionisten sind. Aber letztendlich, sie sind alle so unterschiedlich. Und das finde ich echt schön. Muss ich sagen. Ich frage mich nur, wenn ich da jetzt jemanden hinstellen würde, kann dann da keiner mehr nachspawn? So prinzipiell. Weil da jetzt ja gerade jemand kam. Weil ich ihn den Platz geklaut habe. Stellen wir uns mal so hin, das ist eine wunderschöne Formation. So, ihr oben jetzt hier. Was kann ich hier machen? Ignatius. Ignatius würde Schaden machen und würde das auf jeden Fall tatsächlich zweimal überleben. Das ist schon irgendwie traurig. Du würdest das auch überleben. Du würdest aber auch nicht so viel Schaden machen. Okay. Nina wäre ziemlich tot. Können wir schon mal außen vor lassen. Percy. Percy würde das tatsächlich auch ganz gut wegstecken, dank seiner Verteidigung. Sind also physische Angriffe. Könnte auch ein bisschen Schaden machen. Midori würde das auch überleben. Würde auch ein bisschen Schaden machen. Ich habe natürlich nur nicht so viel Fläche, deswegen muss ich auf jeden Fall gut gucken, wen ich rein stelle und wen nicht. Du wärst ziemlich tot, auch wenn du guten Schaden machen würdest. Und ich denke mal, ja, du auch. So, was machen denn unsere Ruhmeserben? Forest. Forest. Forest ist auch sofort tot. Der fällt also auch weg. Kana. Mit dem Donnerschwert sind es 22. Das ist guter Schaden. Okay. 19 mal 2. 10, 9, 22. Also ich glaube, es ist gar nicht verkehrt, die beiden Kanas auf jeden Fall zu benutzen. Vielleicht einer erst mal auf Distanz und dann die andere gleich davor, dass sie zusammen angreifen können. Du hast die gleichen Fähigkeiten, sprich du tust mir nichts, kein Konterschaden oder so. 30 tut natürlich weh, aber ich tue dir auch weh. Also ich glaube, du bist hier wirklich darauf angewiesen, dass du viel, viel Schaden einstecken kannst. Das auf jeden Fall. So, und damit können wir es dann auf jeden Fall auch beenden mit den beiden Kanas. Also natürlich nicht endgültig, aber zumindest die beiden Klauen dann schon mal. Das ist super. Also die machen echt guten Schaden mit dem Yato. Sie wollte es aber auch wissen, oder? Mit dem doppelten Drachenbiss. Meine Güte. Oh, okay. Zwei Drachenadern. Also das war schon cool. Auf jeden Fall, die beiden so zusammen zu sehen. Und jetzt haben wir hier den Kopf, sag ich mal. Ist das immer noch physisch? Ich gehe mal davon aus. Allerdings komme ich so nicht in die Mitte. Also kann ich mir ja denken, was die Drachenadern machen. Verleiht Shigurei und beiden Kanas Macht? Ähm, es macht offensichtlich die Steine weg, aber... Was? Ich kann es gerne mal ausprobieren. Siegberg steht ja hier direkt. Was passiert da? Das Siegel besitzt zu wenig Macht. Los, die andere Drachenader. Okay. Das ist... Welches Zeichen ist das? Soshido oder Noor? Eventuell? Weil... Weiß ich nicht. Könnte sein. Oder ist es Vala? Nein. Keine Ahnung. Auf jeden Fall kenne ich das Zeichen. Das ist interessant. Ich werde aber mal so ein kleines bisschen nachher jetzt aufrücken, weil er jetzt da so ein bisschen alleine steht. Die andere Drachenader können ja dann die anderen aktivieren. Da habe ich ja zumindest Forrest, der kann das auch. So. Weil ich habe halt echt Angst, wenn dann plötzlich ein dummer Gegner auftaucht und alles versaut und ihr bleibt hier zusammen. So. Aber verleiht Shigure und beiden Kanas Macht. Und dann dieses Zeichen hier. Vielleicht eine Heilzone, die da kommt. Mal gucken. Ähm, aber ich heile jetzt hier erstmal. Es ist mir in dem Fall wichtiger, dass die beiden wieder fit sind. Also es war auf jeden Fall eine gute Entscheidung, beide auf diese Seite zu schicken. So. Bis hier können wir auf jeden Fall schon mal gehen. Zack. Ich habe halt wie gesagt echt Angst, dass irgendwo ganz, ganz ungünstig ein Gegner spawnt. Und ich dann so richtig die Arschkarte habe. Aber hier will ich bitte auch nochmal die letzten KP mitteilen. Ist vielleicht ein bisschen verschwendet, aber man kann es immer mal gebrauchen. So passiert jetzt irgendwas? Da. Nein. Das ist ein Problem. Oh, heilige Scheiße. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Gut, mussten die alle dort unten spawren. Also gut, ich weiß jetzt, ne, dass jetzt die Einheiten, die mir gefehlt haben, dass ich damit recht hatte, dass ich niemanden vergessen habe. Ryo, Maxander, Saizo und, ähm, Leslow und Jakob. Aber mussten die dort unten spawren? Ich meine, ich komme von hier aus noch rüber, denke ich, so teilweise. Aber das ist nicht gut. Ich hatte echt die Hoffnung, wenn die nachkommen, dass die links und rechts nachkommen. Aber nicht alle da unten. Das ist gar nicht gut. Gar nicht gut. Ähm, ja, geil. Xander mit dem Silberschwert. Silberdurch und Pugertief. Gut, du bist random Fimbulwinterguy. Kriegerschwert, ja. Silber und Feuerschuriken. Boah. Das ist halt echt nicht gut, dass die da unten gespawnt sind. So gar nicht. Okay, alle, die jetzt sowieso erstmal eh nichts machen können, kann ich jetzt weiter hier runter schicken, weil, ne, bringt mir eh nichts. So, Shigure kommt ja garantiert auch nicht mehr recht. Was hast du? Mondfest? Das war aber nur für in der Nähe. Okay. Ah, das tut mir gerade so weh, dass die alle da unten gespawnt sind. Weil ich hatte halt echt die Hoffnung, dass die an den Seiten kommen und nicht alle da unten. Das ist gar nicht gut. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber das ist gar nicht gut. Ich glaube, egal wie weit ich dich schicke, ich weiß nicht, was hier schicke, kannst du irgendwas machen? Weiß nicht. Und wenn ich mal kurz wechsle, Falle, ne, Falle bringt mir nichts. Ich könnte höchstens eventuell die Rettung aktivieren, je nachdem. Ja, ne, was mache ich jetzt hier? Also, leider kann ich die Dialoge da nicht freischalten, weil, äh, Asugi wäre zwar hier und Shiro wäre hier, aber Soleil und Siegbert sind halt zu weit weg. Ich frage mich ja, kommt's nicht so weit? Ihr seid halt so ein bisschen und Kase. Dory ist auch da oben. Ah. Ich komme hier auch nicht weg. Also, ich, ne, Kale Dory, Kale Dory würde in die Mitte kommen, so ein bisschen. Wer kommt denn da dran? Scheinlich du, ne? Also, Kale Dory könnte ich noch in die Mitte fliehen lassen, mit irgendwen von denen, aber, pfff, das ist hart. Das ist sehr hart. Wie weit kommen wir denn? Selkie würde potenziell bis hier kommen. Und ordentlich auf die Schnauze bekommen, wenn ich das mal so sagen darf. Ja. 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 Auf jeden Fall. Äh, Seiki hier wieder rum. Autsch. Hm. Das ist alles nicht gut. Das würde ich höchstens überleben. Shiro. Ja, kein Problem, dass ich nicht treffe. Ich hatte heute sowieso nichts mehr vor. Hier würde ich auf jeden Fall treffen. Mhm. Hier ist... Ah, Kiragi wäre ganz gut. Was können die hier unten so machen? Ich könnte dich auf jeden Fall rausnehmen. Würde aber auch guten Schaden fressen. Ja. Aber das ginge. Velouria. Ja. Ja. Mhm. Velouria könnte Xander rausnehmen. Würde das auch überleben. Dann habe ich nur leider den Text von Siegbert nicht. Aber ganz ehrlich, Siegbert steht leider am Arsch der Welt und kommt da dementsprechend nicht hin. Höchstens, wenn ich ihn mit Selki verbinde, dann vielleicht. Aber Velouria würde das hinbekommen. Hisame kann wahrscheinlich nicht viel reißen, habe ich so das Gefühl. Mit dem Doppelkatana. Mit dem Doppelkatana. Das ginge. Aber er ist doch gar nicht so schlecht, wie ich befürchtet hatte. Also könnte Hisame Jakob rausnehmen, weil... Velouria ist leider hier ganz oben irgendwo. Ganz, ganz oben. Sprich, den Dialog werden wir auf gar keinen Fall bekommen. Leider. Das konnte ich aber jetzt ehrlich gesagt auch nicht wissen. Wenn ich es nicht blind spielen würde, hätte ich mich natürlich links und rechts gehalten und nicht unten. Aber ich ging davon aus, dass sie halt links und rechts vielleicht spawnen. Und da ich eh in die Mitte wollte, ne, habe ich mich unbewusst blöd positioniert. Konnte ich ja leider nicht riechen. Ähm, gut. Also Sophie und Hisame würden das schon mal hinbekommen. Mitama. Mitama. Könnte ein bisschen Schaden machen. Aber Mitama kann dann doch besser dich abschießen. Schießen. Okay. Das große Problem ist immer noch, was mache ich mit Leslow und was mache ich mit den anderen auf der linken Seite. Das wäre prinzipiell gut, würde ich nicht weggecritet werden. Das wäre auch ganz gut, der Klingenbrecher. Das wären dann 20, 29, ne, das würde ich überleben. Sprich, Sophie, Hisame, Velouria und Keldori. Gut. Und Mitama könnte dich abschießen. Gut, dann sind die alle beschäftigt und wir haben noch die drei über. Was kann man da jetzt machen? Ist so die Sache. Rajat ist eher nicht so Bakase, habe ich mir schon fast gedacht. Rajat ist auch eher nicht so Baryoma. Rajat ist einfach generell so gar nicht. Okay. Asugi. Autsch. Autsch. Alles Autsch. Okay. Hier würde ich auf jeden Fall schon mal sehr guten Schaden machen. Das wären 22. Und wie viel konnte Kiragi bei Riyoma machen? 25. Das wäre genug, um Riyoma auszunocken. Ist halt dann auch wieder schade, weil Shiro ja quasi daneben steht. Aber ich, ähm, ja, was soll ich machen, ne? Aber Kase ist halt noch ein Problem. Was ist mit dir? Das sind alles rote Waffen. Das ist so ein bisschen... Bäh. Ich treffe den halt einfach nicht. Also, dich wollte ich ja gar nicht. Ich habe ein Problem mit Kase und Seiso tatsächlich. Dass ich die einfach nicht treffe. Das ist super, super nervig. Haaah. Selki ist auch noch überrichtig. Selki hatte ich noch nirgendwo eingeteilt. Selki könnte dich besiegen, aber Selki würde auch auf die Schnauze bekommen. Ähm... Natürlich stehen die ja natürlich auch alle so ein bisschen nebeneinander. Sprich, ähm... Saufi würde dann ja hier stehen. Isame würde hier stehen. Meloria hier. Äh... Kaldori hier. Mitama würde hier stehen. Dann hätten wir... Hier Asugi und hier Kiragi. Oder auch hier Asugi, wie auch immer. Sprich, vielleicht hätte ich schon Unterstützung. Und dann würde es vielleicht gehen. Aber ich habe immer noch das Problem mit Kase. Das ist eher so die Sache. Weil... Gut, wenn ich mit dem Schnitter treffe, ist schön. Aber wenn ich nicht, dann nicht. Schiru ist auch noch über. Das ist auch wieder schön, wenn ich treffe. Aber wenn nicht, habe ich echt ein Problem. Wobei, wie hoch ist denn der Trefferwahrscheinlichkeit gegen mich? Na... 65. Also Kase macht mir wirklich Angst. Um ehrlich zu sein. Siegbert würde es noch halbwegs hinbekommen. Aber 51%, ne? Ist auch nicht so die Welt. Also es ist super schade. Weil ich halt bislang alle Dialoge geholt habe. Und halt die letzten... Sechs auch noch gerne gehört hätte. Aber wenn ich jetzt wirklich mit Gewalt versuche... Also Dryer kommt von oben sowieso nicht mehr runter. Der ist viel zu weit weg. Soleil... Mit Ach und Krach. Wenn ich sie mit Selkie verbinden würde... Dann wird sie vielleicht drankommen. Aber... Ne... Dann habe ich wieder natürlich einen Angriff weniger. Siegbert ist, glaube ich, auch zu weit weg. Müsste ich halt auch mit irgendwem verbinden. Mit Selkie mal wieder. Dementsprechend Soleil und Siegbert beide gleichzeitig... Oder beide zusammen das Gespräch mit ihren Eltern geht sowieso nicht. Das ist dann auch so ein bisschen blöd. Und dann fehlt mir, wie gesagt, ja Selkie. Asugi und Sai so ginge. Aber ich brauche Asugi zwingend, um Ryoma anzuschwächen. Also das ist ganz schwierig. Shiro und Ryoma ginge, aber trifft halt nicht so gut. Deswegen, ob ich da unbedingt mich drauf verlassen möchte, dann einen Angriff zu verschwenden. Und Midori ist auch hier oben. Also ich glaube, die sechs Gespräche werden wir tatsächlich leider nicht bekommen, obwohl ich mich so bemüht habe. Aber das ist eben das Problem, wenn man das Blind spielt. Du kannst ja nicht riechen, wo die spawnen. Ich ging jetzt davon aus, nachdem die beiden besiegt sind, dass dann die restlichen kommen. Und ja, man hätte es kommen sehen können, dass die hier unten spawnen. Das gebe ich zu. Aber irgendwie, ich habe eher mit rechts und links gerechnet. Und ich habe vor allen Dingen nicht damit gerechnet, dass die alle auf einen Fleck spawnen. Ich dachte, die verteilen sich über die Map, wie die Gegner vorher auch. Und wenn es hier nur einer gewesen wäre oder zwei, wäre es nicht schlimm gewesen. Aber alle sechs plus Verstärkung ist einfach zu viel auf einem Haufen gewesen. Das ist halt, wenn man es blind spielt, kann man es nicht immer kommen sehen. Deswegen, ja, kriegen wir die Dialoge leider nicht. Die kann mir dann im nächsten Part allerdings erst jemand gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr Lust habt. Aber ich werde jetzt nicht mit Gewalt die Dialoge holen, um im Gegenzug Charaktere zu verlieren. Das ist es mir dann doch nicht wert. Das heißt, im nächsten Part versuchen wir irgendwie hier unten aufzuräumen und uns dann zu Anankos vorzuarbeiten. Das wäre ja so mein Ziel. Hier unten alle zu beseitigen im nächsten Part plus Anankos und dann quasi den Abspann und mein Fazit im Part danach zu machen. Dass wir jetzt quasi nach heute noch zwei Parts haben und dann durch sind, das wäre so mein Plan. Je nachdem, wie nett die hier unten zu mir sind. Kann das klappen oder auch nicht? Ich würde auf jeden Fall sagen, das war's für heute mit Let's Play Fire Emblem Fates und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao Leute.